Warum Daniela mit diesen drei Outfit-Ideen mit ihrem Wickelkleid am Strand das Highlight gewesen ist, zeige ich euch gleich. Doch zuvor noch der Hinweis in den Video-Infos und in der Beschreibung verrate ich euch, wie Daniela mit diesem Outfit bis zu 87% sparen konnte. Und am Ende des Videos habe ich noch eine spannende Überraschung für euch. Daniela sucht uns seit Längerem das perfekte Wickelkleid und fragt mich darauf hin, ob ich hier ein Outfit kreieren kann, was ihre Vorzüge unterstreicht. Und dazu habe ich hier dieses wunderschöne Wickelkleid herausgesucht, was die Raffinessen in den Details versteckt. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass ein wunderschöner Teil herausgebildet wird durch diese Raffungen. Und diese Raffungen entstehen dadurch, dass in Teilenbereich ein kleiner, dünner Stoffgürtel ist, wo ihr selber die Weide bestimmen könnt. Und gleichzeitig entsteht dadurch ein wunderschönes Dekolleté, denn durch die Wickeloptik wird die Front richtig schick gestaltet. Und dadurch, dass es auch noch armfrei ist, spürt ihr den Sommer auf der Haut pur. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr günstig. Wenn ihr es wissen wollt, wie viel, schaut einfach jetzt hier drauf und ihr werdet verblüfft sein. Um das Ganze natürlich noch abzurunden, müssen Accessoires dazu, dieses ganze Outfit abrunden. Und dazu empfehle ich euch eine Sandale wie diese hier, die wiederum auch sehr schlicht gehalten ist, aber mit verschiedenen Materialien auftrumpfen kann. Und dadurch, dass euer Fuß schön herausgehoben wird, ihr ein schönes Bein bekommt, weil das Wickelkleid ja nicht relativ kurz ist sozusagen. Und das Ganze sich perfekt einschmiegt in dieses Kleid und ja, bequem sowieso ist. Ich glaube, diese Sandale gibt es auch in zwei Farben, zumindest noch vor zwei Tagen. Schaut einfach jetzt mal hier drauf und ihr werdet sehen, dass die Sandale wirklich wunderschön ist. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was jede Frau dabei haben sollte, gerade am Strand. Und da gibt es eins zu beachten, denn bei einer Handtasche wie diese hier, solltet ihr darauf achten, dass sie hochwertig ist. Und ja, diese Handtasche ist ein bisschen im Hochpreissegment, also schon dreistellig. Aber ich verspreche euch, so eine Handtasche habt ihr eine halbe Ewigkeit, denn es ist aus purem, echten Leder. Es ist im Used-Look gearbeitet, das heißt, es ist zeitlos und ihr könnt es zu verschiedenen Kleidern tragen und seid somit auch sehr flexibel. Und das Schöne daran ist, bei so einer großen Handtasche, wenn ihr damit an den Strand geht, werdet ihr genügend reinbekommen und durch die Innenaufteilung vergisst ihr oder sucht ihr nicht ewig euren Schlüssel oder das Handy oder die Sonnenwünsche. Und ich verspreche euch, diese Handtasche wird sich zu diesem Kleid, wie eben schon gezeigt, perfekt integrieren und das Outfit zu etwas ganz Besonderem machen. Und bei so einem schönen Tag benötigen die meisten eine Sonnenbrille und da empfehle ich euch diese hier, denn es ist farblich vom Modell perfekt abgestimmt zum Kleid. Und die farbigen Gläser sind ja der Trend für dieses und nächstes Jahr und somit habt ihr quasi das E-Pünktchen auf diesem wunderschönen Outfit und könnt euch sehen lassen. Und so eine Brille kostet wirklich nicht viel. Schaut einfach drauf und ihr werdet staunen, was dieses Komplett-Outfit kostet, denn ja, es ist einfach nur der Hammer. Und jetzt komme ich zu meiner Überraschung, wie am Anfang erwähnt. Denn genau ihr habt jetzt oder du hast jetzt die Möglichkeit, wie Daniela, so ein Outfit genau auf dich zugeschnitten zu bekommen. Wie? Ganz einfach. Schreib mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung du gehst, wie du aussiehst. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf dich zugeschnitten online stellen und wirst dann wirklich etwas ganz Besonderes bekommen. Und damit du das nicht verpasst, kannst du uns jetzt hier in den Video-Infos einfach folgen, abonnieren und für wirst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit verpassen. Und ganz wichtig, die dazugehörigen Sales und Deals. Ist das ein Deal? Und dann geht's. 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 Vielen Dank.